Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen, weiter geht's zu Star Wars Battlefront Abwurfzone. Ein geiler Modus und ich würde sagen, wir legen mal los. Ja, ähm, aktiviere die Rettungskapsel, um Spieler zu bergen, verteidige die Rettungskapsel, bla bla, die Seite, bla bla, mit dem meisten und so weiter und so fort. Wir starten durch, wir haben unseren OP-Blaster. Oh, das ist der falsche Blaster, ich hab den falschen Blaster ausgewählt. Ähm, ba, 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 da, ba, ba, da, la, 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 oh, ist die Musik großartig. Ich liebe dieses Spiel, so von dieser Musik, ja. Star Wars Musik, es gibt, glaube ich, nichts Besseres, außer natürlich, geile Titten. So. Wie, kein Kill ist es, scheiß. Gibt's doch gar nicht. Das ist ja unfassbar. So, natürlich, die falsche Blaster, trotzdem gönnen wir uns ein bisschen was. So, wo sind die Gegner, wo sind die Gegner, wo sind die Gegner, wo sind die Gegner, hier sind die Gegner, 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 Gegner. Da ist ich, weil ich habe ihn gefunden. Ja, das gehört zu uns, alles klar. Erst auf uns schießen. So, die ersten Kapseln hier einnehmen, verteidigen, sehr, sehr geile Schlagsahne, machen wir so. Komm ich da hoch? Hier mal eine Granate reingeworfen. Er kippt mir in one... Bitte was? Alter, was war das denn hier? Er kippt mir einfach so ein Hit. Mit dem OP-Schild da, womit er kein Damage bekommt. Double Kill. Easy, easy peasy. Ach, meine... Star Wars Cap ist noch nicht da, deswegen kann ich sie noch nicht. Gehört zu uns eigentlich, wie kann ich auf uns schießen? Wo ist da jemand? Hier ist irgendwo jemand. Aua, aua. Aua schreit der Bauer. Eine Weitungsreaktion, Rettungskaptula, wohl. Hier Granate rein. Schade, da ist niemand. Kannst du verrecken? Dankeschön, da ist noch jemand. Was ist denn los mit dem? Was ist denn los? Der muss ja doch sterben. Der wollte auch nicht sterben. Wir haben die Rettungskapsel gesichert. Okay. Kannst du... Oh Gott, ich fall irgendwo runter. Nein! Nein! Ich hatte ihn fast... Das wäre so ein böser King gewesen. Und er hätte sich so des Todes geärgert. Des Todes. Aber nein. Hier ist irgendwo jemand. Da ist jemand. Tatsächlich in der Region sind Rebellen. Nein, das ist nicht gut. Fuck! Ich bin in einen reingeflogen. Warum schiebt denn? Ich glaube, Ranzoom war nicht geil, weil Ranzoom bedeutet, dass sie weniger Damage machen. Mist, Mist, Mist. Wir müssen die Kapsel... Wir kriegen... Wir gewinnen auf jeden Fall. Ich bin 6, 4. Ich denke gerade, ich habe echt 18 Kills. Warum ist das schon wieder mein Boy? Alter, ich habe keine Ahnung. Warum... Warum sind einfach irgendwelche Leute bei mir gelb markiert? Und sind meine Bros oder wie? Ich habe keine Ahnung. Das sind die heimlichen Bros von mir. Das sind meine Verehrer. Ich weiß nicht, ob man das random zugeteilt bekommt, immer irgendeinen Freund, wenn man keine hat. Ich habe halt keine. Ich habe keine Freunde, deswegen kriege ich welche zugeteilt. Wir haben die Rettungskapsel gesichert. Sehr geil. Hier sehe ich wohl einen Gegner. Ich weiß aber nicht, wo. Irgendwo ist einer hier. Ich habe eine weitere Rettungskapsel in Erfahrung erbracht. Keine Inversion. Stell auf! Ich bin getroffen! Mein Kill. Kommt hier. Aua, hör auf! Die mir Falldamage. Oh, oh. Ich hänge fest. Lol. Was war das denn gerade? Ich hang da einfach mal fest. Da wurde ich einfach mal, ne? Geschnitzelt. Alles klar. So, weiter. Die verteidigen. Verteidigen wir. Ich glaube, ich liebe dich. Hier, wollte ich mich hier entstellen. Läuft bei mir. Okay, der gehört zu mir. Keine Granate. Oh Gott, Granate. Natürlich nicht, Granate. Dankeschön. Bin getroffen. Ich komme von hinten, Leute. Könnte mal sterben. Wollte doch nicht, wa? Bitte keine Granate hoch. Oh Gott. Alles klar. Mein Kill. Mein letzter Kill. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich noch einiges bekommen da oben. Sehr geil. 8 zu 5 rausgegangen. Eine kleine, klackige Runde. Wow. Noch eine. Komm. Ist ein schneller Spielmodus. Ist okay. Ja, Leute. Ich muss mich wieder heimspielen. Ich finde, es war ein neuer. Neu läuft bei dem auf jeden Fall. Läuft. Irgendwas bekommen tolles, ne? Ich bin einfach nur Noob. Und Noob bekommt nix. Schade. Echt Noob. Kann man das eigentlich skippen? Also nebenbei. Was ist jemand? Das dauert halt super lange immer, dieses Scheiß sich auszubauen. Ein bisschen schneller hier. Bob. Siegbonus. Spielbonus. Siegbonus. Auch noch auf dem Deckel. Das sind für mich 367 Credits. Auf meinem Konto. Yo, Bitches. Und ich wollte meine, 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 meine Hand ändern. Hier. Ich wollte nämlich den Blaster. Okay. Irgendwann werde ich mir die anderen Blaster noch gönnen. Aber erstmal jetzt hier, hier am Start. Das passt auf jeden Fall. Aussehen. Oh. Oh, man kann. Ah. Weißt du? So konnte man das alle ändern hier. Das sieht natürlich alles total hässlich aus. Wann gibt es denn irgendwas Geiles? Oh, das ist richtig geil. Ab Rang 50. War da nicht schon jemand beim letzten Part mit das? Also Rang 50 Scheiß hier. Oh. Oh, wie geil. Ich muss weiterspielen, Leute. Nur für diesen Scheiß. Oh, krasse Kacke. Richtig krasse Schlagsahne mit einer Kirsche oben drauf. Ah. Find ich geil. Hab ich den richtigen Blaster ausgewählt? Oh, das ist eine andere Map. Ne, die ist halt etwas... Nehmen wir trotzdem Blaster. Das ist mein Lieblingsblaster. Blaster. Blaster Master. Master Blaster. Mein Lieblingsding. Schon seit der Beta. Bislang ist das geil. Ich liebe so viel Schusskraft, beziehungsweise so einen dicken Penis. Nein, ich liebe halt einfach mal die Feuerrate. So Reichweite ist wohl für den Arsch, aber Feuerrate ist so geil von dem Ding. Vielleicht ändern wir gleich hier auf den T21 wieder zurück. Den anderen Blaster, weil der ein bisschen mehr Range hat, weil das ist eine etwas weitläufige Map. Übrigens der CA 87, was er gerade hat, ist sogenannte Schrotflinte. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab auf den Radar geachtet, weil da sieht man normalerweise die Gegner. Ich hab ihn nicht gesehen. Sorry, aber ich hab ihn nicht gesehen. Was ist der denn? Irgendwo ist der hier. Jetzt werde ich... Ich werde ihn auf jeden Fall... Ich werde mich rechnen dafür, dass er mich gezündet hat. Da ist er noch. Er lebt halt noch. Okay, er ist tot. Kill assist aber nur. Schade. Ich will auf, Granaten zu werfen. Oh, kommt er hoch. Yolo. Aua. Ich bin runtergeslidet. Oh Gott, die Strophen. War er es wieder? Er war es wieder. Tatsächlich. Oh Gott, so ein abgemümmelter Judenbock. Ich laufe ihn gerade hier lang. Total scheiße. Und doof. Ich komme doch nicht so hoch. Ähm, ich dachte, es ist jemand. Warte, 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 warte. Stopp, stopp, stopp. Halt, stopp. Pff. Da kam was angeflogen. Wo ist der? Ich seh den nicht. Okay, der ist tot, glaube ich. Ich glaube erst, dass er tot ist. Dann müssen wir den Arnold fragen. Ja. Cool. So. Gegner. 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 Und geh weg. Oh, wo bist du? Ich will da hoch. Ich will da irgendwie hoch oder so. Oh, hätte es jemand. Sehr geil. Hier kannst du doch leben. Fuck, ich habe ein fester Baum. No, 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 no. Der Baum, der Baum, der Baum. Ja, ich sage, die ist sehr, sehr, sehr weitläufig. Die Map sollte man auf jeden Fall der andere Ding nehmen. Von hinten kommt auch jemand. Der ist da ein wunderbar. Shit, Alter. Kommt der mal von hinten angeschlichen, der alte Schlingel. Passt schon. Wir versuchen trotzdem weiter den. Ja, wir stehen halt 2 zu 3. Der ist nicht ganz so geil. Wo? Da hinten. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh Gott, es ist so. Oh, die Map ist auch. Ah, da muss man. Hä? Die Map ist halt. So, nehmen wir doch mal den hier. Die Map ist halt sehr unübersichtlich. Äh, definitiv. Da muss man ein bisschen Übungen haben, um hier was zu reißen. Von 144 Hertz-Monitor. Ich sehe ja gar nichts hier. Übernehmen. Ja, machen wir doch. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Oh, die sieht auch cool aus. Dicker, fetter Arsch. Zeig mir deine. Keine Assist? What? Was ist denn da oben? Was blinkt da so? Keine Ahnung. Bin mal hier oben. Ich habe doch eine Waffe, die etwas reißen kann. auf Range. Deswegen bin ich immer oben. Da ist doch jemand. Langgelaufen. Bin voll der Camper. Voll der, äh, ja. Voll der eklige Camper. War da nicht gerade jemand? Bin ich das? Todesdorf? Ja, da unten ist jemand. Äh, beziehungsweise da unten war jemand. Wie groß ist denn das Ding hier? Wenn man hier einfach rumsnipen kann. Total OP. Total OP Scheiße. Und dann sieht die Kapsel... Ich rutsche runter. Überlebe ich das? Na klar. Oh shit, Alter. Ich rutsche runter. Genau hinter mir ist einer. Hab ich verdient? Ich war am Campen. Hab ich verdient. Hab ich verdient. Oh oh, nicht geil. Shit. Okay, neue Rettungskapsel. Läuft bei uns. Ich weiß gar nicht, wie viel wir verlieren dürfen und wie viel wir einnehmen müssen. Dass wir gewinnen oder verlieren. Wir werden es los sehen. Ja, alles klar. Was war das denn? Das war Nubig. Das war Nubig, Leute. Das war sowas von Nubig. Äh, Entschuldigung. Das ist der Blaster. Das ist der Blaster-Master. Master-Blaster war nicht so geil. Oh shit, Alter. Ich versage voll auf dieser Nap. Sorry. Ich komm mir grad mal gar nicht klar. Die Truppen des Imperators sichern das Gebiet und die Rettungskapsel. Ihr müsst sie... Fuck. Ich seh sie nicht. Ich sterbe jedes Mal. Oh shit. Ich bin so schlecht. So scheiße. Man sollte mich anzünden und ähm... Ne, Leute. Das ist nicht meine Map. 2 zu 7. Das ist ja... Das ist ja fast geil. Das ist ja aber nur fast geil. Alter, krieg ich ja auf den Deckel. Eieieiei, Leute. Sorry, 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 sorry. Der krieg ich ja auf den Deckel. Da hätten das jemand. Der stirbt halt nicht. Er dreht sich um. Holt es in den Tod. Was ist denn mit... Der E-Elf. Was ist denn los mit dem E-Elf? Ich will auch einen E-Elf haben. Ne, ich muss den hier wieder nehmen. Das geht mal gar nicht mit dem anderen. Andere ist, wie gesagt, auf Midi. Gut am Start. Geht echt kein Fall der Mitte in dem Spiel. Warum auch immer. Alles klar? Haben wir einen Kill. Wir holen das wieder auf. Kein Problem für uns. Warum einen Kill? Ich hol das wieder auf, Leute. Ich hol es wieder auf. Kein Problem. Ich hole es wieder auf. Das ist alles für mich. Da ist doch hier mal drin, oder? Okay, haben wir schon zwei. Es ist schon 2 zu 2. Ich glaube, wir haben am Ende am meisten Kapselner gewinnt. Ich ist einfach. Warum stirbt der denn nicht? Ich gebe ihn in den Kopf. Und jetzt kommt diese fucking Drohne. Oh shit, man. Warum ist er nicht gestorben? Shit, 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 shit. Aber ich komme zurück. Mein Comeback. Mein Comeback ist am Start. 6 zu 9 ist. Das werde ich noch positiv machen. Das mache ich noch positiv. Kann er noch leben? Wieso? Um Gottes Willen lebt er noch. Oh, da oben. Alter, gibt er mir mit dem RT-97C. Was ist das denn für ein Ding? Habe ich noch nie gesehen. So ein mülliger Kack hier. Zu derbe in die Fresse kriegen. Scheiße. Wir verlieren das Ding hier. Ich bin zu scheiße. Oh, ich bin 10 Mal schon gestorben. 10 Mal. Er lebt noch. Ich gebe ihm eine Granate ins Gesicht. Er lebt noch. 11. Weil er irgendeinen Scheiß hat, damit er mehr aushält. Oh Gott. Gott, Himmel, Arsch und Zwirn. Wieso bin ich so schlecht? Aua. Sehr geil. Oh, fuck. Wo sind denn hier welche? Gegner. Fuck, ich wollte ihn ins Gesicht hauen. Habe ich ihn noch geschlagen? Habe ich ihn bekommen mit dem Schlag? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es versucht. Alter, ich war gerade ein bisschen leiser. Entschuldigung, ich muss mich da ein bisschen konzentrieren. Ich muss meine Bilanz wiederholen. Ich habe die Kapsel in der Hand, dass sie geblieben ist. Nein. Nein, hört auf. Yes, ich habe sie geborgen. Sehr gut, ich habe sie geborgen. Müsste ich zumindest. Ich habe einen Punkt bekommen. Ziemlich weiße Punkte. Es ging durch. Warum treffe ich den nicht? Warum treffe ich den nicht? Was ist denn los mit mir? Ja, ist es nur. Okay, der ist down. Das ist die Kapsel jetzt unser. Das ist die falsche Kapsel. Ich muss sie verteidigen. Geh mal hier oben und versuche mal zu verteidigen hier oben irgendwo. Ha! Get wrecked, my friend. Get wrecked. Okay, wir holen uns die. Da haben wir eine. Agatha 3 zu 3. Ist wie nochmal spannend hier, weil ich... Mein Comeback ist zurück. Mein Comeback ist zurück. Oh, hier ist Mut. Habe ich ihn noch bekommen? Ich glaube schon. 12, 14. Leute, ich komme. Ich komme. Ich habe so eine thermale Superding-Scheiße bekommen. Das heißt, wenn die Kapsel quasi dann kriegen wir loot. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Verteidigen machen wir. Sehr gut. So, haben wir gemacht. Sehr geil. Ich bin der Kapsel-Boy. Ich verteidigen das Ding hier mal. Das passt. Ich stehe hier mal und def die einfach mal von der Seite hier. Ich glaube, das ist okay. Das sieht ganz gut aus hier. Fuck. Fuck, geht an mir bei einer. Mist. Aber 16 zu 50. Ich bin wieder positiv. Sehr gut. Partnerschaft, Beitritt. Wo ist der denn? Wo bist du denn? Um Gottes Willen? Ist das die Kapsel? Ist das die falsche Kapsel? Wo muss ich denn? Da ist die Kapsel. Wow. Wer hat denn denn gerade auf mich geschossen? Da rein? Da, gib mir ein Schild. Gib mir ein Schild. Ich will nicht sterben. Keine Schild. Keine Schild. Zweinkill. So, das verteidigen wir jetzt hier. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das holen wir uns. Wir arbeiten jetzt als Teamer zusammen. Jetzt passt das. Da kommen welche gleich. Da tappt euch jemand. Wie er einfach durchläuft und tappt und der steht mit seinem scheiß Granaten-Wix da. Alter, 40 zu 18. Was ist los mit dem? Leute, wir müssen die tappen. Wir müssen die quasi kapseln. Wir müssen die Kapsel kapseln. Los, hinten. Oh Gott, wir verkacken die Scheiße hier schon wieder. Wir müssen das Ding übernehmen. Los. Da muss jemand. Oh, ich hänge fest hier. Übernehmen. Hallo. Ihr müsst das. Oh Gott. Oh, 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 oh. Es läuft durch. Keiner hat Bock. So, hat jetzt einer hier. Hat sich das gegönnt, das Ding, oder nicht? Okay, verteidigen. Ja, der leckt etwas. Jetzt down, wunderbar. Der ist auch down. Hast du an mir gelegt? Oh Gott, ich muss die wieder beinehmen. Sehr gut. Uh. Ich glaube, das Ding gewinnen wir. Die müssen wir echt verteidigen, um alles. Also, wenn wir die jetzt verlieren, steht es quasi 4 zu 4. Dann gibt es keine Ahnung, ob es dann... Ohne entschieden gibt es, glaube ich, nicht. Ich denke, es ist Verlängerung übrigens so ein Scheiß, schätze ich mal. Aber die müssen wir hier verteidigen. Schaffen wir schon. Werde über zu uns. Feindliche Einheit scoren. Yes. Sieg. Auf ganzer Linie. Und ich habe meine Bilanz noch positiv gemacht. 22 zu 17, Leute. Das Comeback ist real. Ich bin wieder am Start. Wunderbar. Damit haben wir zwei Runden den Kapselmodus hier gespielt. Haben wir das Ganze gerissen. Und ich bin... Uh. Die hat ein Laserschwert im Mund. Richtig Deepfrow. Oh, die auch. Oh. Mm. Mm. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich freuen. Ich werde alle Modis mal durchspielen. Und ab sofort auch jeden zweiten Tag kommt eine Folge Star Wars. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Kommentare würde ich auch gerne sehen. Bis zum nächsten Mal. Haufen super nasser Boys. Reingehauen. Und... Tschüssi. Tschüss aus der Welt von Star Wars. Tschüss. Abwurfzone war das. Tschüss.